Servus! Wir haben immer wieder die Anfragen, wie groß kann der Gastank bei VWRT4 sein? Wir verbauen den Gastank in Größe von ca. 60 Liter Bruttovolumen und die Kunden fragen uns auch oft, warum so kleine Tanks, weil bei unseren Mitbewerbern sind die Gastanks auch 80 Liter angeboten. Da haben wir genau das Beispiel, da ist ein neuer Tank eingebaut und werde ich euch zeigen, wo das Problem ist. Also auf welchen Augenblick ist der Gastank nicht der tiefste Punkt im Auto, also ist eigentlich alles okay. Der Anfahrtswinkel passt auch, also auf welchen Augenblick ist der Gastank fachgerecht eingebaut. Aber wenn wir das aber ein bisschen genauer anschauen, stellen wir fest, dass da hier der Querträger rausgeschnitten ist. Was eigentlich nicht gemacht sein darf. Also nur wenn der Ingenieur bestätigt, dass die Stabilität von dem Fahrzeug beibehalten ist, dann kann der Werkstatt sowas machen. Der Gastank ist ja als Querträger nicht vorgesehen. Also da ist eine Karossöreänderung vorgenommen, die nicht abgenommen ist. Also das darf man absolut nicht machen. Also wenn der andere Werkstatt sowas macht, ist er selber dafür beantwortlich. Also bei uns wird sowas nicht gemacht. Deswegen, der Werkstatt erreicht hier gut sieben Zentimeter Platz. Deswegen kann der Gastank entsprechend größer sein. Also unsere Werkstatt arbeitet zu 100 Prozent nach Herstellervorgaben und nach EC 115. Und da ist er ganz genau vorgeschrieben, was da angehalten sein soll. Danke, Servus.